Wir, der Weltladen Applerbeck, leben Nachhaltigkeit durch fairen Handel, Bildungsarbeit und durch unsere Nord-Süd-Partnerschaft. In unserem Laden finden Sie verschiedene Produktlinien. Neben den mittlerweile an vielen Stellen erhältlichen fair gehandelten Lebensmitteln, wie Kaffee oder Tee, bieten wir auch Gewürze, Mangos, Wein und vieles mehr an. Darüber hinaus haben wir ein breites Sortiment an Non-Food-Artikeln. Darunter fallen zum Beispiel Kerzen, modische Accessoires wie Schals aus Seide oder Alpaka und Schmuck. Fairer Handel endet bei uns allerdings nicht am Äquator. Auch in Europa sind wir auf faire Handelsbedingungen bedacht. So sind unsere italienischen Produkte zum Beispiel mafiafrei. Die Milch in vielen Gepa-Schokoladen kommt von Biohöfen zum fairen Preis aus Berchtesgaden. Wir sind außerdem offizielle Vertriebspartner für Herrenhuter Sterne und bieten damit eine echte Alternative zu den Billigprodukten aus Asien. Gemeinsam verbessern wir das Leben vieler Produzenten in verschiedenen Herkunftsländern. Wir unterstützen das nachhaltige Engagement unserer Partner Genu in Kenia. Ein Beispiel ist das Regenwasserprojekt, durch das unter anderem Wassertanks aufgestellt werden können. Einmal im Monat laden wir zu unserem Bistro Karibu ein, mit dem wir die Projekte unserer Partner in Kenia unterstützen. Kommen Sie doch am letzten Freitag im Monat zu uns und erleben Nachhaltigkeit hautnah. Genießen Sie exotische Gerichte aus fair gehandelten Produkten unseres Weltladens, Fleisch aus artgerechter Haltung gemäß Neulandstandards, Backwaren vom Bio-Landvollkornbäcker und regionalen und saisonalen Bio-Gemüse. Zum Schluss noch eine Frage. Aus wie vielen Herkunftsländern kommen wohl unsere Produkte? Schätzen Sie doch mal. Sie können am Ende vielleicht sogar etwas gewinnen.